Das Stück Strange Meeting von Bill Frizzell ist eine ganz besondere Komposition, die dem Agner und mir besonders am Herzen liegt. Strange Meeting, ein denkwürdiges oder merkwürdiges Zusammentreffen, ist für mich Teil der Komposition, weil man hört ständig diese beiden Noten. Und die klingen eigentlich erstmal nicht so hübsch und erzeugen viel Reibung, aber Reibung im Zusammenhang mit anderen Tönen erzeugt auch viel Wärme und das klingt dann insgesamt so. Ja, das ist eine Komposition, die mich auch schon länger begleitet und die ich in sehr vielen Besetzungen schon gespielt habe. Vom Duo mit Pianisten bis hin zu einem Jazzquartett, das ist für mich das Zeichen, dass das eine eisenharte und sehr starke Komposition ist. Und das ist immer ein spannender Moment, dieses Stück im Repertoire zu spielen und es macht auch unheimlich viel Spaß, darüber zu improvisieren. Grazie